Wenn du etwas sagst, der andere versteht dich. Das ist beim normalen Coach nicht gegeben, weil der hat irgendein Schulwissen, vielleicht hat er vielleicht noch ein Internet besucht, aber null Praxiserfahrung. Mein Name ist Heinz Bosbach von Bosbach Consulting. Ich habe heute im Interview Dirk Küppers von Topkonzeption aus Monabheim-Rhein. Dirk, stell dich doch mal ganz kurz persönlich vor. Ja, mein Name ist Dirk Küppers. Ich bin seit Ewigkeiten, genau genau seit 1979 Makler und freue mich, diesen Job über die Jahrzehnte auch durchgeführt zu haben. Was waren und was sind so deine Herausforderungen als Unternehmer und auch im täglichen Geschäft? Ich habe jahrelang gedacht, wenn du gut ausgebildet bist, wenn du richtig top drauf bist, ich bin einer der ganz wenigen in Deutschland, die richtig top sind, weil wir wurden ja nur mit 17 Mann fertig für ganz Deutschland, das war ja nicht viel, und dachte, jetzt machst du alles alleine. Bis ich begriffen hatte, dass der Fachkenntnisse wichtig sind, aber überhaupt nicht entscheidend. Entscheidend ist, ein Unternehmen zu führen, zu wachsen. Das sind die Probleme. Ich habe den Ewigkeiten gebraucht und habe die Objekte selber bearbeitet, statt mir rechtzeitig Mitarbeiter zu nehmen. Und das zu einer Erzählteilung werden zu lassen, dass man wirklich sagt, Mensch, das ist es. Oder in der Akquisition gedacht, naja, machst du Empfehlungsmarketing, ja schön. Heute versuchen wir es anders zu lösen. Marketing, ja Marketing, was war denn Marketing? Marketing war Objektbewertung, Objekte an den Markt zu bringen. Weit gefehlt. Aber das brauchte ich Jahre für, das zu begreifen. Oder dass man sagt, ich bin nicht ein Makler, nein, ich bin eine Brand, ich bin eine Marke. Persil weiß jeder, was gemeint ist. Aber Küppers, das weiß keiner. Das heißt, das aufzubauen, da braucht es Zeit für, Verstand und das ist es. Wie bist du jetzt damit umgegangen? Wie bist du da rangegangen, um das zu lösen? Ich glaube, meine Kollegen würden es wahrscheinlich ähnlich machen. Man sieht einen Fehler und dann korrigiert man den. Aber man korrigiert den ja nur mit dem Wissen und dem Können von heute. Ich habe aber gar keinen Counterpart gehabt, keinen, der mir helfen konnte. Also hängst du da, hängst du an der Schraube, an der Schraube, an der Schraube, da das Ganze mal sich zu betrachten. Das war das Hauptproblem. Das war mir relativ schnell klar. Nur, dann suchst du ja nach einer Lösung. Aber wenn du immer nur in deinem eigenen Bereich dich bewegst, dann lernst du nichts. Dann bewegst du dich nur selber und denkst dir was Neues aus. Das ist aber nicht die Lösung. Im Grunde brauchst du für jeden einzelnen Bereich jemanden, der das kann. Was waren jetzt aus deiner Sicht die entscheidenden Gründe, Unterstützung zu suchen oder Hilfe zu suchen? Irgendwann merkst du, dass deine Dinge, wo du hier was drehst und da was drehst, hilfreich ist. Aber es führt nicht zum Durchbruch. Das kannst du nur, wenn du für dich klargemacht hast, du musst dir Hilfe suchen. Und wenn man dann anfängt zu suchen, dann überlegt man sich, wer kann mir helfen. Und wenn ich nicht Magen schmeiße, dann gehe ich zum Arzt. Der kann dann an der Stelle bestimmt mehr als ich. Und wenn ich jemanden finden könnte, weil die Idee, der gut etabliert ist und der es auch kann, nicht nur ein Scharlatan mäßig das macht. Das sind die Hauptschwierigkeiten. Wo findest du den Personal her? Wo findest du den? Das ist doch unser Problem. Und dann war ich ja sehr glücklich, diese Lösung gefunden zu haben. Hattest du, bevor du dich entschieden hast, warst du da kritisch, skeptisch? Hattest du Bedenken? Natürlich habe ich jahrelang gesucht, bis ich dann den richtigen gefunden habe. Jetzt kann man sagen, es ist eine verlorene Zeit, vielleicht. Aber dann habe ich jemanden gesucht, der die Fachkenntnis hat, der nicht etwas theoretisch kann, sondern wirklich selber 10, 20, 30 Jahre schon in dem Metier drin war. Ich brauche keinen, der mir das Fachliche beibringt. Ich brauche jemanden, der wie so ein Adler über meinen Betrieb gucken kann, gucken, was machen wir richtig, was machen wir falsch und wo ist das Entwicklungspotenzial. Und das war mir wichtig. Was war dann letztendlich der Punkt, warum du dich dann für ein Coaching mit uns, mit mir, entschieden hast? Ich hatte es eben schon angedeutet. 30 Jahre Erfahrung, das kann keiner, der frisch von der Uni kommt. Ich bin der Größte, ich bin Betriebsführer, ich kann das alles. Das war ein Punkt. Dann war wichtig, dass es nicht nur ein Einzeltraining ist. Mir hat geholfen, dass ich einmal weiß, ich kann auf dich zurückgreifen, wenn Fragen da sind. Natürlich, und die habe ich auch. Aber auch diese Gruppen, in denen wir dann ja das Ganze managen. Jeder hat ein Problem, das der andere auch kennt. Und diese Zusammenarbeit und dieses Coaching in der Gruppe, das befruchtet jeden eins an einer Stelle. Und das fand ich mega spannend. Wie verlief dir das Kennenlernen aus, wie war so der Ablauf vom Kennenlernen für dich? Wir hatten zuerst einen telefonischen Kontakt gehabt und der war richtig spannend. Und ich hatte das Gefühl, mit demjenigen, dem ich da gesprochen habe, das war es ja nicht du, der weiß von der ganzen Materie. Der weiß, wovon er spricht. Und dann läuft das sehr systematisch ab. Das ist ja genau das, was der Markt auch braucht. Systematik. Und Systematik ist das, was ihr liefern könnt. Ihr sagt, okay, wir machen ein Vorgespräch. Dann kommt ein Zoom-Meeting. Dann kommt tatsächlich ein Kennenlernen. Das ist also aufeinander aufgebaut. Bis dann beide Parteien sagen, ja, das geht. Es nützt doch gar nicht, wenn ich sage, es ist toll. Auch der andere muss doch sagen, ich will. Es ist ja nicht so, dass ich jetzt irgendeinen Apfel kaufe, esse den und ist ja weg. Sondern ich brauche jemanden, der dauerhaft gute Zusammenarbeit auch fördert. Und das ist das, was mir eben Spaß gemacht hat bei euch. Was waren deine persönlichen Highlights oder das oder ein, zwei Highlights im Coaching? Im Coaching hast du ja einmal das Eins-zu-eins-Gespräch. Dann hast du natürlich die Gruppenbildung, was ich ganz phänomenal fand, weil ihr Zwei-Tage-Seminar, wo man dann auch Corona-Bilden ging, das ist ja gerade noch, mit Menschen zu tun hat, mit Kollegen zu tun, wo man auch das Gespräch hat. Es ist schon ein Riesenunterschied, ob du jetzt einfach einen Kurs kaufst oder ob du mit Menschen zu tun hast, die auf dem gleichen Level, mit dem gleichen Intentionen, die auch Erfolg haben wollen, die sich auch weiterentwickeln wollen, zu tun hast. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Welchen Rat würdest du aus heutiger Sicht Kollegen oder anderen Immobilienmaklern geben, was das Thema Hilfe, Unterstützung, Coaching angeht? Zumindest würde ich ja erst mal sagen, wenn du es selber machst, wirst du es vielleicht auch irgendwann hinkriegen. Du brauchst eine unglaubliche Zeit und da reden wir über Jahre. Ein Coaching führt dazu, aus meiner Sicht und meiner Erfahrung, die ich jetzt auch mit euch gemacht habe, dazu, dass du die Ergebnisse ja viel schneller bekommst. Und schneller heißt, ökonomischer und preiswerter. Und es befriedigt dich auch mehr. Du freust dich doch, wenn der Laden sich weiterentwickelt. Und das hast du nicht, wenn du da ewig ran rumdokterst. Was war dein größter Erfolg im Coaching? Wir konnten eine ganze Reihe Einzelprobleme, die wir im Unternehmen hatten, globaler betrachten, dank deines Coachings. Und du bist ja wie so ein Adler. Du hängst hier oben drüber und kannst dir das sehr viel besser angucken und bist ja nicht im Unternehmen verhaftet und irgendwo unternehmensblind geworden, sondern du bist ja neutral. Und das öffnet natürlich ganz andere Sichtweisen. Und das war toll. Dazu geführt, dass wir an den verschiedensten Stellenschrauben in der Akquise, im Mitarbeiter beschaffen, im dafür sorgen, dass das ganze System rund läuft, von der Eigentümergewinnung über die Auftragsgewinnung, über die Leistungserbringung bis hin zum Kaufvertrag und dem Hereinholen der Aufträge für den nächsten Auftrag. Was begeistert dich in der Zusammenarbeit mit Heinz und mit seinem Team? Du weißt, wenn du etwas sagst, der andere versteht dich. Das ist beim normalen Coach nicht gegeben, weil der hat irgendwie ein Schulwissen vielleicht, hat er vielleicht noch ein Bild besucht, aber null Praxiserfahrung. Wenn ich mich mit dir austausche, dann weiß ich, dass du weißt, was ich meine und umgekehrt, was da kommt, hat realen Bezug zum Tagesgeschäft und darüber hinaus zur strategischen Weiterentwicklung des Ladens. Kannst du das Coaching uneingeschränkt weiterempfehlen? Ich bin immer noch dabei. Ich hätte längst aufgehört, wenn ich davon überzeugt wäre, es ist nicht gut. Ich bin da und werde auch gerne verlängern, weil genau das miteinander Dinge auszubaldopern, die man sagt, das ist das, was unsere Unternehmen nach vorne bringt. Das ist das, was ich mit dir machen kann. Und deswegen bin ich auch sehr dankbar. Und ganz ausdrücklich herzlichen Dank. Danke dir.